Wie schön, dass du hier bist und mir einen Moment deines Lebens schenkst. Gerade weil ich weiß, wie wertvoll Leben und Lebenszeit ist. Wie schön, dass du mir jetzt einen Moment zuhören möchtest. Hören möchtest, was ich zu sagen habe. Und weißt du, genau das ist Leben, gemeinsam zu sein, in einem Moment, verbunden, lauschen und verstehen, nicht immer begreifen wollen, nicht immer erklären wollen, sondern einfach sein. Weißt du, ich rede selbst nicht viel, aber ich spreche jeden Tag zu dir. Durch all die wunderschönen Geschöpfe, die ich hervorbringe, die auf mir leben. Und du, du bist eins davon. Genauso schön wie jedes andere Geschöpf, das bisher war, ist und sein wird. Ich bin Mutter Erde. In mir nimmt alles seinen Anfang. Ich meine, wirklich alles. Selbst das pfiffige Smartphone, das du gerade in deinen Händen hältst, würde es ohne mich nicht geben. Und genau das ist die Frage, die ich dir jetzt stellen möchte. Was glaubst du, würde es noch geben ohne mich? Weißt du, Vergänglichkeit beunruhigt mich nicht, weil im Grunde nichts vergeht, sondern es geht nur ineinander über, wie bei einem Kreis. Zyklisch nennt man das, dass Leben auf der Erde war, ist und wird immer ein Kreislauf bleiben. Was mich allerdings beunruhigt, lieber Mensch, ist dein Tempo. In den letzten Jahrzehnten sind durch dein Tun viele meiner Geschöpfe verloren gegangen. Und so schnell kann ich keine neuen hervorbringen. Du musst wissen, lieber Mensch, dass jedes Leben auf mir wertvoll ist. Jedes Geschöpf hat seinen Platz, ohne Ausnahme. Leben ist lebendig, bunt, vielfältig. Doch wenn du, lieber Mensch, die Vielfalt zerstörst, wird es weniger bunt und weniger lebendig. Ich frage mich, ob du das weißt. Und wenn du das weißt, dann frage ich mich, ob du vielleicht gerade ratlos bist. Ratlos, wie du dazu beitragen kannst, das Vielfältige, Bunte und Lebendige zu erhalten. Ich bin so müde. So unendlich müde. Vielleicht ist es so, wenn man alt wird. Und ich kann sagen, dass ich schon sehr, sehr alt bin. Viel älter, als du jemals sein wirst. Wobei, auch du immer ein Teil von mir sein wirst. Wir gehören zusammen. Denn du kommst aus mir hervor, so wie du auch wieder in mich hineingehen wirst. Begreife, lieber Mensch, dass der Schaden, den du anrichtest, nur ein Schaden an dir selbst ist. Mich wird es auch noch ohne dich geben. Aber es wäre schade. Schade um dich. Ich bin so müde, denn du raubst meine Schätze und gräbst und bohrst tief, immer tiefer in mich hinein. Du fischst meine Meere leer, trocknest meine Böden aus, versiegelst sie und verbrennst meine Wälder. Dabei weißt du doch, lieber Mensch, dass all die Dinge, all das hier auf der Erde miteinander zusammenhängt. Leben ist eine Melodie, ein eigener Rhythmus. Veränderst du nur einen Ton, einen Schlag, veränderst du alles. Im Moment fühlt sich der Erdenklang nicht mehr stimmig an. Ich bin aus meinem Rhythmus gekommen, weil du dich nicht länger einfügst in unser gemeinsames Zusammenspiel. Lieber Mensch, ich frage dich, wie können wir dahin zurückfinden? Ich habe dir immer alles gegeben, um dich zu ernähren, zu erfreuen, dich zu schützen und dich geborgen zu fühlen. Ich kann auch nehmen und ich werde verändern, bis mein Rhythmus wieder harmonisch ist. Doch ein neuer Gleichklang, eine neue Melodie könnte dann auch ohne dich entstehen. Du siehst schon jetzt, dass du die Hitze nicht verträgst, dass die Eise schmelzen und du die Kraft von Wasser und Stürmen unterschätzt. Wenn es dir darum geht, sich zu messen, dann sage ich dir, du wirst verlieren. Du kannst zwar von mir nehmen und Teile meines Wesens zerstören, aber kontrollieren kannst du mich nicht. Was machen wir nun? Wirst du wieder anfangen, mir zuzuhören? So wie jetzt? Willst du verstehen, dass jeder Schaden an mir nur ein Schaden an dir selbst ist? Begreifst du, dass du nur mit, aber nie ohne mich existieren kannst? Fang an, lieber Mensch. Öffne deine Augen und dann öffne dein Herz. Ich bitte dich, fang an. Lass uns zurückkehren zu lebendig, bunter Vielfalt. Ich vertraue auf dich.